Willkommen auf der SaarTalks. Ich bin euch ja noch so ein bisschen die Auslösung des Comeback Gewinnspiels schuldig. Ich gebe zu, ich habe es ein bisschen von mir her geschoben, weil ich ursprünglich noch ein bisschen Zusatzinhalt eigentlich kombinieren wollte, weil ich in dem Video gemerkt habe, nach dem Video gemerkt habe, Mist, ich bin eigentlich so gar nicht auf die ganzen Nebenwirkungen der Chemo eingegangen. Falls euch das ganze interessieren sollte, werdet ihr es vielleicht noch mal als extra Video machen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber jetzt geht es erst mal hier nur rein um die Gewinne. Natürlich muss ich da erstmal den Link kopieren. Es wird zwei Gewinner geben. Das heißt, ich werde zweimal jetzt hier das Auslösen machen, weil ich zum Beispiel den Date the Bullet Film auf DVD und auf Blu-ray bekommen habe. Wäre doof, wenn das alles einer bekommt. Deswegen habe ich es auf zwei aufgeteilt. Außerdem sind es auch genug Gewinner. Es sind tolle Pakete geworden. Und zwar erster Gewinner ist, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Isalein. Isalein? 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 Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das erste Pickchen gewonnen. Und für den zweiten Gewinner mache ich einfach nochmal, dass ich mit dem Namen jetzt auch merke, nochmal einen zweiten Tab auf. Und jetzt guck mal, wer jetzt gewinnt. Jetzt gewinnt Lokana Leito 4159. Dir herzlichen Glückwunsch. Du hast das zweite Paket gewonnen. Wie könnt ihr jetzt mir die Adresse übermitteln? Ihr schreibt mir unter diesem Video hier einen Kommentar. Wichtig, der Kommentar, macht das am besten gleich am Anfang. Schreibt einmal Spam rein oder gesperrt. Das sind so Worte, die hatte ich mal hinterlegt. Da wird der Kommentar nicht öffentlich gepostet, sondern muss erst durch mich zugelassen werden. So kann ich die Nachricht sehen bzw. die Adresse sehen, ohne dass sie öffentlich geschrieben wurde. Und an dieser Stelle ist hier nochmal der Hinweis. Schreibt keine Handynummern oder keine Adressen. Vor allen Dingen nicht, wenn es eure sind, in die öffentlichen Kommentare. War schon ein paar Mal vorgekommen, dass mir da jemand seine Nummer geschrieben hat. Das habe ich dann halt einfach gelöscht. Ja, Gratulation an die beiden Gewinner. Ich setze jetzt trotzdem noch eine Deadline. Innerhalb von 14 Tagen müsst ihr mir geantwortet haben. Ansonsten werde ich das jeweilige Paket neu verlosen. Das heißt, da wird dann halt noch ein Video kommen müssen. Dann vielen Dank an alle anderen, die daran teilgenommen haben. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich hatte ja vor ursprünglich, deswegen hatte ich das so ein bisschen vermehrt geschoben, das Video noch ein bisschen damit zu kombinieren, was eigentlich so die Chemo für Nebenwirkungen gebracht hat. Habe mich jetzt allerdings erst mal dagegen entschieden. Falls euch das noch interessiert, kann ich dazu noch ein Video machen. Das würde dann, wenn jetzt nichts Neues Diagnose mäßig kommt, auch das letzte erst mal sein. Ansonsten, wenn ich live bin, könnt ihr mir nur noch Fragen stellen. Da werde ich natürlich darauf eingehen. Aber jetzt Video mäßig wird dazu dann, falls ich das noch machen sollte mit den Chemo Nebenwirkungen, das letzte sein. Dann, je nachdem, wenn ihr das Video seht, noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und gehabt euch wohl. Und ich hoffe, ihr seid bereits gut in das neue Jahr gestartet. Bis dahin. Ciao.